Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem weiteren Minecraft Video. Heute eine kleine Runde Skywars auf dem LBSG Server und ich gehe schon los. In der Kiste ist nicht allzu schlechtes Zeug. Das packt sich immer zurück. Das nervt. So Sachen haben wir. Ein Dierschwert habe ich auch noch fast nie gehabt. Oder? Ich glaube bis jetzt hatte ich nur noch eine Dierschwert. Ein Dierschwert noch nie. Also. So, so. Bis sie wieder anziehen. Teil 2. Gibt es eine bessere Hose? Ja, gibt es. Okay, die packt sich jetzt nicht. Ähm, Spieler. Ist dort. Ich glaube ich bin schon bereit. Ich glaube der rechnet nicht damit, dass ich ein Dierschwert habe. Der hat einen Dier-Helm. Okay, okay. Er sieht mich nicht. Der sieht mich nicht. Der sieht mich nicht. Der sieht mich nicht. Jetzt aber. Nehmen wir noch nicht. Hesse baut sich auch zu seinem Nachbarn. Nachmacher du dich nicht. Das ist Barta. Okay, tschüss. Oh mein Gott, hatte der viele Items. Ich kann schon mal ein bisschen den Crap da. Wegtun. Oh, der hatte zwei Dier-Helme. So. Hatte das? Ne, hat er nicht. Wie wundert es? Echt, wieso das die Spiele eigentlich fast die machen? Da sind doch nicht gute Sachen drin, oder nicht? So. Dann bauen wir uns mal zu dem anderen. Oder sollen wir in die Mitte gehen? Ich glaube, der wird uns sehen und dann sterben. So. So. Na komm. Das bringt genau null. Attacke. Okay, ist tot. Oder? Ja, ist tot. Gut. So. Wie viele Spieler noch? Und damit haben wir schon schön die Mitte erbaut, würde ich mal sagen. Wir brauchen nur noch eine Eisenbruch und Eisenhose. Dann sind wir eigentlich dann relativ OP. Ich glaube, ich hole mir jetzt hier alle Schneebälle. Soll ich warten, bis die Spieler zu mir kommen, oder soll ich zu denen gehen? Ich glaube, ich gehe zu denen. So. Ähm, wo ist der? Wo ist der? Wenn jetzt ehrlich, wo ist der? Sneaken kann man hier nicht, oder? Ach nee, da ist ja einer. So, ich gehe mal zu dem dort. Ist er auf K. Ich kann das glaube ich schon für dieses einzige mal aktivieren. Sonst ist das ja immer unnötig. Komm. Mann. Yay, ich habe ihn weggekickt. Was? Noch nicht? Jetzt aber. Yay, ich habe gewonnen. Oder? Was macht er dort? Alter, immer dieser Hacker. Oder bugt er die ganze Zeit? Alter, ist das ungewohnt mit dem Ding. Ähm. Nee, nee, nee. So. Das ist doch schon viel besser. Hä? Wo sind noch Spieler? Was? Ich bin gerade etwas verwehrt. Oh mein Gott. Wo sind die Spieler? Wo sind die Spieler, wenn man sie mal braucht? Ich glaube ich mache gleich einen Rundgang. Nein. Weil die Spieler wollen ja irgendwie nicht zu mir gehen. Dann muss ich ja irgendwie zu denen gehen. So. Na komm. Mann. Jetzt aber. Ja. Ähm. Hä? Wo sind die Spieler? Ich aktiviere mal kurz Head Person. Oh mein Gott. Was? Was? Ich glaube ich suche den jetzt. Weil jetzt hier die Runde zu beenden, macht eh keinen Sinn. Weil ich ja gar nicht gewohnt habe. So. Oh mein Gott. Das nervt. Ah dort. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Und wieso ist da jetzt eine Kiste? Na egal. Ich frage nicht wo geht es direkt zu dem. Hauptsache ist noch vorher runterfallen. Sollte man den Namen eigentlich jetzt nicht sehen? Also. Ich dachte er ist auf K. Oh mein Gott. So. Endlich habe ich den jetzt gefunden. Mein Lebensziel ist erfüllt. So. Habe ich den schon vorher übersehen? Ich habe keine Ahnung. Dann gehe ich mal schön zu dem dort. Geht er auch in die Mitte. Oh mein Gott war das knapp. Jetzt killen. Oh mein Gott. GG. Das am Ende fand ich eigentlich irgendwie scheiße. Weil wenn nur noch zwei Spieler da sind. Und ja. Da kann man sich ruhig auch gegenseitig suchen. Und nicht gerade die Kisten dort immer looten. Egal. Das ist seine Entscheidung. Und ja. Ich hoffe. Mir hat diese Skywars unten mal gefallen. Ich glaube die ist jetzt etwas länger. Aber ich glaube da sollte nichts ausmachen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.